So, warum ist die Falle? Du hast die Falle nicht aufgemacht. Hab ich. Hierzu. Bei mir ist sie offen. Ach so, Waschbär. Drin? Ne, ne, der saß daneben und hat sich in die Lacht. Oh, hi Leute und willkommen zu The Forest. So, dann bauen wir jetzt mal die, ne? Munsters Jim Bim lässt mich grad hier im Wald alleine. Dann bauen wir mal hier. Nicht wundern, ihr gerät grad ohne Pushy Talk. Nicht, dass du jetzt denkst, wir drehen nicht weiter. Das, na, das dann. Jetzt hörst du kurz mal nichts im TS. Alles gut. Nope, bis gleich. Ähm. Wir bauen jetzt hier trocken Dinge ins hier, weil eben war ich irgendwie auf dem Desktop. So. Scheiße, jetzt hab ich ja die Eston hier eingesammelt. Hatten wir nicht mehr? Ja, die hat doch die Dinger geklaut, oder? Genau, wir holen mal jetzt noch ein paar Stöcke auf. Vorher, das trau ich mich auch nicht. Ein paar Büsche. Hier sind doch eigentlich auch kleinere Bäume, wo so eine... Kann ich mitten in der Nacht hier jetzt hier die Bäume fällen? Weil ja Jim Bim mich ja alleine gelassen hat. Ich glaub, das ist ein großer. Okay, wie er mich erkennt, ne? Wenn ich einen Schrei höre, renne ich weg. Irgendwie erschreckend ruhig gerade. Ein bisschen Angst hier. Das hören die doch, oder? Ach, scheiße. Das waren die großen, okay. Schade, ich dachte, da wäre ein kleiner Baum. Die würde sich umkicken, ne? Ich bin den ganzen Tag in den Wald gegangen, ohne ihre Hilfe. Naja. Und ohne dass ich den Baum... Oh. Scheiße. Na super, jetzt steht sie hier in unserer Hütte, ja, mit Feuerzeug an und ich hab so einen Typen an der Backe. Und nicht schlecht. So, da bin ich wieder. Ich hab dir Angst, dass du mich alleine da isst. Ich hab mal hier Besuch mitgebracht. Ja, meine Laktosentoleranz hat sich ein bisschen bemerkbar gerade gemacht. Ach so, hast du deine Pillen nicht genommen, oder was? Ich lass mich von sowas nicht unterkriegen. Ich nehm keine Tabletten dagegen. Und ich esse, was ich will. Echt? Ja, bist du... Nee, echt. Das ist krass, ey. Weil du kriegst ja Bauchschmerzen aufs Übelste. Hör auf, nicht rausgehen. Weil mach das Licht aus. Ich war nämlich ganz mutig, bin alleine in die Büsche gegangen. Und dann hast du gleich deine Freunde mitgebracht. Ja, weil ich so laut einen Baum gefällt habe. Weil ich dachte, da ist ein kleiner Baum mit so einen Stöckern dran, ne? Für dieses Trockendingens. Nein, das war ein großer Baum. Jetzt mach mal... Mach auf die Tür, ja? Ich glaub, der ist schon weg, oder? Nein, mitgebracht. Wo ist denn der hin? Weiß ich nicht, ob das mehrere... Wann hab ich dann... Ich war so schnell... Du kennst mich doch zu... Ich war so schnell weg. Hab gar nicht... Ich hab aber in der Zeit schon mal unsere Hütte wieder repariert. Die geht nämlich auch irgendwann kaputt. Echt? Ja, ja. Das ist, wenn dieses komische Baumzeichen ist. Das hab ich da... Ach, das hatte ich auch schon mal. Weil die hauen doch da manchmal gegen es, ne? Die kleinen Schweinchen. Das noch. Wo ist denn jetzt hin? Ich hör doch was knurren. Was haust du denn da? Du schuhe. Ja, genau. Ich seh die gar nicht bei dir. Das ist auch witzig. Naja, ich behaupte einfach meinen Zuschauern, dass du schizophren bist. Okay. Okay. Hier ist ein Busch. Aber kein Ast drin, ne? Weil wir brauchen eigentlich diese Kackäste. Mein Schlitten. Hier ist der Schlitten. Komm, den nimm mal schon. Einer fehlt noch. Einer. Okay. Ich hab grad auch was gehört. Ja, die Kackäste. Ich trau mich nicht, mein Feuerzeug wieder anzumachen. Aber übrigens hab ich ja letztes Mal meinen Pädometer verloren, als ich gestorben bin, ne? Ist mir aufgefallen. Wie? Na, du kannst den Pädometer auch verlieren. Aber ich denk mal, den kann man auch woanders wiederfinden. Ich weiß nämlich nicht, ich hab ihm doch andauernd gefroren. Ja. Ja. Und ich wollte nachgucken. Wie kann man das nochmal aufrufen? Mit P. Für Pädophil. Ach ja, genau. Pädometer, ja. Ich vergaß. Ja, ich hab's noch. Das ist minus ein Grad. Ja, ne, hier sind, oder? Was? Ja, natürlich. Zeit, das ist das. Wir müssen dann ja rechtzeitig in Deckung gehen, wir jungen Hüpfer. Wir sind ein Ehepaar übrigens, Fräulein, ne? Hier ist wieder ne Ratte, oder? Da kommt ein Waschbär von mir. Wer ist denn die Frau? Warte mal, bist du der aktive? Ich bin der aktive Part. Ach so. Ich glaub, bei Frauen ist das nicht so schlimm. Bei Männern ist das ne andere Geschichte. Deswegen, und wir sind zwei Männer, das weißt du. Ja, aber ja nicht in echt. Ja, aber du bist der passive Part, also ich möchte nicht tauschen. Pass auf, da rechts. Was? Da, guck doch mal, da läuft der Komische mit seinen komischen Krönchen. Ich glaub, das ist nämlich der Obermacker hier. Der da hinten. Ach, da hinten. Ja, dann lass doch mal in Deckung gehen. Der sieht uns nicht hier oben. Also gerade. Ja, ja, warte, mach mal die Dinger da ran. Ach so, ich glaub, ich hab so einen Ast mitgebracht. Ach, du hast den ja schon fertig gemacht. Ja, hab ich doch gesagt. Ach so, warte, dann mach ich mal das Fleisch da. Du hast mir ja nie zu. Nein, ich weiß, wie in einer echten Ehe, ne? Ja. Wusstest war ein Fehler. Wie viel Fleisch hast du noch? Ähm, eins. Gut, dann mach ich hier zwei ran. Mhm. Und behalte zwei. Ja, zwei. Obwohl wir haben noch Schokoriegel, ne? Dann mach ich mal alle, die ich habe hier ran. Ich hab noch drei Schokoriegel, aber ich hab noch ganz viel Fanta. Das wird hell. Ja, ich hab auch noch Fanta. Fanta. Genau, mach halt Fleisch da ran. Ich hab auch eins da ran gehängt. Gut. Dann mach ich alle, die ich habe, weil das ist ganz cool. Aber können die das nicht klauen? Nee, nee. Nee, nee. Das ist jenige witzigerweise nicht. Das ist mit jedem wahrscheinlich. Nee, es wird hell schon jetzt. Da hinten rennt ja übrigens einer. Tiere sind für die ja auch uninteressant. Naja, die essen lieber uns als Frühstückssnack. Aber mal ehrlich, fällt ja nicht alle Woche ein Flugzeug vom Himmel, weißt du? Nee, aber hast du ja gesehen, wie lehrt das Flugzeug? Ein Hase. Ja, rede bloß nicht mit mir. Ja. Nein, aber... Du schlägst heute auf der Couch. Ja, erstmal müssen wir eine bauen, obwohl hier ist ja eine. Aber die haben doch das ganze Flugzeug leer gefuttert, außer uns. Und wir sind wahrscheinlich zu hässlich, ich weiß es nicht. Ach, die laufen da hinten schon wieder rum. Das ist, weißt du, was ich meinte? Das mit dem Baum. Die laufen immer auf diesen riesen Baum. Die sind doch alle gleich aus den Bäumen. Wo siehst du denn? Die sind alle riesig. Da hinten. Guck mal in meine Richtung, wo ich hingehe. Da steht ein Baum. Siehst du, bei mir nämlich nicht. Wahrscheinlich habe ich meine Sichtweite nicht so groß wie du. Richtig. Warum nimmst du nicht hier gleich das Essen mit? Da habe ich nichts auf... Ich habe auch... Warte, da kommt einer. Hinter dir. Da drüben. Boah, der hat richtig viel auf dem Rücken. Echt? Das ist der Ober-Motherfucker. Da muss man die Sichtweite... Da hat man gesehen, diesen Kackbaum auch nicht. Die Sichtweite erhöhen. Aber ich glaube, auf dem Boot müssten wir jetzt... Oh, wir brauchen nur noch 33 Bäume. Nur noch. Alter, kommt direkt zu uns. Oh, so eine Scheiße. Komm, wir gehen in eine Hütte. Ja, genau. Das ist dieser Kackvogel, der mich letztes Mal in der Luft geschossen hat. Ob diese nicht mal. In der Hütte. Die ist hier lang übrigens. Warte. Ich komm mit. Warte mal. Nee, ernsthaft. Ich habe keinen Bock, mich mit dem anzulegen. Der ist echt... Der ist übel. Na, die vorhin fahren ich schon krass. Das ist doch der mit der Maske, oder? Das ist der mit diesem riesen Rad auf dem Rücken. Na super. Ach, das ist der Obermacker. Mhm. Da fällt... Komm, wir fällen so lange ein paar Bäume. Kann man das eigentlich nur zu zweit spielen? Nee, zu acht. Bis zu acht, glaube ich. Oder zu sechst. Oh, der will uns verarschen. Der kommt jetzt auch wieder hierher. In unsere Richtung. Der weiß ganz genau, wo wir sind. Der ist umgedreht gerade, oder? Nee, warte, der geht. Den hätten wir eigentlich jetzt voll die Achse in den Rücken rammen können. So richtig hinterfotzig. Ja, irgendwie kann man die ja auch onehitten, ne? Indem man sich an die von hinten ranschleicht, quasi. Okay. Aber ich habe es noch nie geschafft. Aber der Master-Elite, der hat es geschafft. Schon. Warte mal, der sprintet gerade los. Der sprintet gerade los. Und ich weiß nicht, wo. Nach unten. Wo rennst du hin? Ich sitze hier, wisst du, und sie rennt hier. Von, äh. Das Geile ist, das große Haus hat auch so eine Kacktür, wie das Kleine hier, ja? Die an und auf geht. Das ist voll scheiße. Was will der denn hier? Ich weiß nicht. Warte, komm mal gucken. Ich habe mich jetzt aufgeruht. Ja, der kommt schon. Die kommen immer in unsere Richtung. Ja, vor allem die vermehren sich, ne? Ja. Aber er ist alleine. Ja, aber trotzdem. Nee, das ist der Masken-Fuzzi. Nein. Echt nicht? Der sieht bei mir, glaube ich, anders aus. Maske auch? Ja, der hat so eine schwarze, oder was nicht. Das ist vielleicht auch eine Fleischmaske, ich weiß das nicht. Achso, ja, hat der, stimmt. Oh, das ist der Obermakler. Weg da, weg da. Wollen wir, wir sind zu zweit. Er ist alleine. Aber wir dürfen uns nicht gegenseitig hauen. Ich greif von hinten an und du von vorne? Ja. Ober, nee, ist nicht der Obermakler, wenn der so leicht ist. Hast du noch mal drüber? Das Geile ist, wir können den jetzt jeder eins... Was habe ich denn gerade angefasst von ihm? Wollte ich gar nicht wissen. Da liegt doch was, oder? Das I in der Hand. Das konnte man letztes Mal noch einsammeln. Der hat aber Stinkgefüße. Schmeiß dir mal schnell den Berg runter. Ja, mach ich. Warte mal, will ich noch mal gucken? Oh, lass mich mal unter seine Röckchen gucken, Mensch. Stimmt, der hat ja mal komische Dinger, ne? Eigentlich machen wir die Leichen die ganze Zeit hier runterschmeißen und so liegen Kinder, ne? Ist witzig. Die bleiben irgendwie im Felsen liegen. Und normalerweise schwitten die Leichen hier nicht. Ich glaube, die sammeln die irgendwann ein und dann stellen die doch so komische Dinger hin. Ich glaube, es ist nicht so schlau, dass wir die da mal runterschmeißen. Ist das schon wieder einer? Nee, da unten sind... Nee, da unten sind aber gar keine. Wollen wir mal an den Strand gucken, ob da das Zelt steht? Hm? Achso, du wusstest dich gerade aus, okay. Ja, außerdem bin ich schon wieder futterlos. Ah, irgendwie... Die Schokoriegel halten nicht lang. Aber du müsstest eigentlich... Nee, ich habe jetzt zwei Schokoriegel gefressen und dann jetzt noch gleich Wasser und dann passt das. Bei dem Holzfällen ist das ein bisschen nervig hier, oder? Dass man so lange dafür braucht. So, wo wolltest du da jetzt hin? Zum Strand runter. Da ist im Singleplay bei mir im Zelt. Kann natürlich sein, dass das wirklich random ist, ne? Oh, warte mal. Erst mal den Baum hier einsammeln. Unsere Falle ist schon wieder zu... Ich guck mal, ob da was drin ist. Ich bezweifle es zwar, aber... Da wird wieder der Obermacker wahrscheinlich... Ach doch, da ist ein Häschen drin. Genau, erst draufhauen und dann... Einsammeln und dann erst öffnen. Weil ich habe den Fehler gemacht. Ich muss das wieder einfangen sein. Hier rennt übrigens auch gerade ein Häschen. Scheiße, ich kenne Platz. Warum musst du dich nie waschen? Und ich muss mich ja noch waschen gehen übrigens. Ich habe ständig Blut an mir. Ich wie? Irgendwie, ne? Deswegen habe ich eine Blutierhand als... Weil du einfach immer blutig bist. Aber das hatten wir ja eigentlich eben schon gekleppt, wenn du das her hast. Hatten wir, glaube ich, ohne Aufnahme, oder? Gut. Was ist eigentlich mit dem Heni-Hahn? Der kann seine schöne Stimme auch mal preisgeben vielleicht. Könnt ihr uns das Spiel mal kommentieren, was er nicht sieht? Der Heni-Hahn beschäftigt sich gerade mit Sky-Sager. Achso. Okay. Kommt gerade mit dem Schlag. Hat diese Stimme, ne? Mein Gott, ey. Findest du mein Licht geil genug, oder was hier? Fräulein geht unabfremd hier. Nee. Die Stimme ist der Absatz mit der Burner. Das kann ich leider nicht imitieren. Die Burner. Ich gucke mal, ob du Fleisch geklaut hast. Ey, ist immer noch nicht fertig, ne? Ich hab doch auch noch nix genommen. Ach, ich kann aber übrigens was draufhängen. Ein Häschen. Hab ich nicht auch irgendwas gekillt? Nee, hab ich nicht. Oh, jetzt hab's. Hatten wir, nee, hatten wir nicht. Mist. Was denn? Jetzt kannst du uns ein Gärtchen bauen. Ich hab nämlich Samen da. Jetzt hängt mir eine Maus auf. Ähm. Nicht so ne Samen. Ich sag uns nix. Das ist auch geil bei mir. Das ist diese Stimme, ne? Die machen wirklich nicht buschig. Kevin! Kevin! Warum ist die Falle? Du hast die Falle nicht aufgemacht. Hab ich. Hierzu. Bei mir ist sie offen. Ach so, Waschbär. Drinnen? Nee, nee, der saß daneben und hat sich in die Lacht. Ich hab dir was mitgebracht. Ein Geschenk. Ja, warte, ich töte gerade einen Hasen. Ja, der sieht bei dir, warte mal, ich muss das aufnehmen. Das ist immer so lustig. Ja, ist schon zu spät. Ja, ist schon zu spät. Ich hab's jetzt drauf. Ich hab heimlich geübt. Hängen da nicht alle drauf. Das müsste bald voll sein, oder? Warte mal. Ich hab jetzt nämlich auch zweimal Fleisch. Ja, von dir hängt doch viel mehr drauf als von mir. Ich glaub, da passt auch nix mehr drauf, ne? Warte, von mir hängt da viel... Hallo, Hängetitten, oder? Warte, ach nee, ich bin der Mann. Entschuldung. Das ist aber eine liebliche Stimme für einen Mann. Ich bin der Horst. Der Horst. Warum hältst du eigentlich jetzt den Pedometer in der Hand? Ja, ich hab Angst, dass hier gleich so ein... ...braunberg um die Ecke kommt. Achso, meinst du, dass das ein Warnsystem drin ist? Ja, das macht dann Bibi. Achso, ich dachte, du schmeißt den Pedometer hinterher. Ja. Ey, die fallen ist ja schon wieder zu. Wollen wir mich verscheißen? Da sitzt sogar was drin. Ey, bei mir ist es offen. Das ist bei mir offen. Achso, jetzt ist es bei mir auch offen. Das siehst du wahrscheinlich... Ich weiß es nicht, du. Von Weitem sehe ich das immer nicht. Ich glaube, wir haben jetzt erst mal mit Fleisch ausgesorgt. Ich hab irgendwas getötet. Was zu essen? Nee, ein Vogel wieder. Ich dachte, eine Pflanze. Ey, wie viel passt denn hier auf? Sag mal. Weiß ich auch nicht. Vielleicht sollten wir es langsam machen. Was? Ich komme. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.